Hallo, ich bin Anja Tschemann und nehme Sie jetzt mit auf eine kleine Reise durch Panko-Zentrum und Panko-Süd. Wir beginnen unsere Reise in Panko-Süd. Diese Region ist fast so etwas wie eine kleine Enklave, die sich zwischen dem nördlichen Prenzlauer Berg und Panko-Zentrum befindet. Im Stadtbild überwiegend Plattenbauten und ehemalige Mietskasernen. Hier, im Planungsraum 8, leben knapp 1200 Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren. Für diese gibt es, abgesehen von einem Mädchenprojekt, keine Einrichtung. Das führt dazu, dass sich immer wieder viele Jugendliche oft und gerne im öffentlichen Raum aufhalten und diesen für sich erobern. Deshalb liegt der Arbeitsschwerpunkt des Teams in dieser Region auf Streetwork und Platzbelebung. Mittels eines Kleinbusses fahren die Kolleginnen regelmäßig relevante Plätze wie zum Beispiel den Brenner, den Masurenplatz oder den Bumi an. Dafür stellen sie jährlich beim Umwelt- und Naturschutzamt einen sogenannten Auffahrantrag. Vor Ort nehmen sie Kontakt zu den Jugendlichen auf, kommen mit ihnen ins Gespräch, unterbreiten verschiedene Spiel- und Sportangebote, grillen gemeinsam, planen weitere Aktivitäten und führen kleinere Erstberatungen durch. Aber nicht nur Parks und Grünanlagen dienen als Treffpunkte, sondern auch gerade im Winter Einkaufszentrum wie das Neumann-Forum. Dabei ist Stress mit den gewerbetreibenden Passanten sozusagen vorprogrammiert. Deshalb ist das Team hier ebenfalls regelmäßig unterwegs und bietet den Jugendlichen Aktivitäten wie zum Beispiel Bowling, Kinobesuche oder Indoor-Sport an. Wir setzen unsere Reise nun in der Bezirksregion 6 in Pankow-Zentrum fort. Im wahrsten Sinne des Wortes das Zentrum von Pankow. Rund um das Rathaus, die Kirche und den Wochenmarkt finden sich hier Gründerzeithäuser, Stadtvillen und weitläufige Grünanlagen. In dieser Region leben knapp 1400 Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren. Für diese stehen vier Einrichtungen zur Verfügung. Trotzdem gibt es auch hier magische Anziehungspunkte für so manchen Jugendlichen. Im Bürgerpark ist das Team regelmäßig an der dortigen Skateranlage anzutreffen. Gemeinsam mit Jugendlichen und Coolhaus Boarding organisieren die Kolleginnen hier seit fünf Jahren jährlich den Skate-Contest Jump in the Park. Von Seiten der Jugendlichen kam die Anregung zur Neugestaltung der Skateranlage, woraus sich im Laufe dieses Jahres die Kampagne neuer Skatepark Pankow entwickelte. Dazu treffen sich einmal im Monat engagierte Jugendliche mit dem Team zum offenen Projektbüro im Café Mufflon. Das Café Mufflon wird den Kolleginnen für Gruppenaktivitäten durch das Bezirksamt Pankow zur Verfügung gestellt. Gemeinsam mit Jugendlichen haben sie es zu einem Wohlfühlort in Pankow gemacht, an dem verschiedene Aktivitäten standfinden. Neben dem bereits erwähnten offenen Projektbüro sind auch die Arbeitsgemeinschaften in Kooperation mit der Reinhard-Burger-Schule feste Termine im Café. So, Jungs und Mädels, Feierabend!